Er kann spitze reiten und jetzt testen wir mal, wie reaktionsfreudig er ist. Sönke Rothenberger ist bei uns hier im Speed-Interview. Sönke, ganz schnell, Kaffee oder Tee? Tee. Kappe oder Zylinder? Kappe. Trab oder Galopp? Trab. Kühe oder Spezial? Kühe. Reiten lieber morgens oder abends? Abends. Berge oder Meer? Berge. Skifahren oder Schwimmen? Schwimmen. Kurz oder Longdrinks? Longdrinks. Single oder vergeben? Single. So, die wichtigste zuletzt, das war's, Sönke, bei uns. Vielen Dank.